hallo ich meine liebe leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video der 5k wir spielen heute mal skywars auch alleine tatsächlich und heute habe ich mal ein thema zu sprechen okay ich nehme jetzt schon eine weile nicht mehr auf es tut mir auch leid also ich nehme zwar auch schon ab und zu noch auf hab so noch ein paar aufner hinterhalt hinterhalt in hinterkopf sozusagen aber direkt so habe ich derzeit eigentlich nichts möchte ich mich auch schon mal entschuldigen dass jetzt die letzte zeit auch nichts kam tatsächlich weil ich muss sagen okay schulstress ist schon ein bisschen da also ich habe eigentlich versucht nicht so stressig zu sein sowas schul angeht wollte ein versuchen nicht so stressig zu reagieren habe ich aber leider nicht bekommen deswegen ja schulstressen wer kennt es nicht so auf jeden fall ja was kann ich jetzt sagen ich möchte erst mal schon durch einen anderen plan mache sozusagen so wann ich aufnehme und ich glaube bei dem plan wie jetzt jetzt ist wird auf jeden fall nicht bleiben wer jetzt gedacht es wird so wie gesagt so wie gesagt so wie sie jetzt der stundenplan ist gut ich lebe hauptsache dass so wie gesagt so wie das stunden so wie jetzt kein plan ist was ich jetzt der zeit vor aber somit youtube wird auf jeden fall nicht bleiben das kann ich halt jetzt schon mal sagen wer hätte es gedacht aber ich kann derzeit einfach nicht immer jeden tag die zeit aufbringen zu sagen okay ich nehme jetzt was auf es tut mir einfach leid es ist einfach so ich kann da nichts machen abgesehen vom bosser pläsen jetzt an den der stelle muss man was auch wieder zu haben immer noch kein schluss das musst du dir leider abschminken ich kann leider nicht wieder kämpfen also du hast du es gerade wirklich okay lassen wir einfach jetzt mal raum zu stehen ich werde einfach jetzt weiter aufnehmen tatsächlich und statt jetzt noch einen cut rein zu machen ist ja jetzt direkt los ich habe aus dem zufallskid deswegen ja feuer mein kit kann man machen und ja wie gesagt ich würde halt wie gesagt eigentlich gerne jeden tag aufnehmen das kann ich aber halt einfach derzeit nicht mehr bringen weil ja okay der ganze stress ich bin erst meistens ja ich jetzt bin ich zwar ein bisschen eher zu hause tatsächlich aber sonst bin ich malerweise erst so halb sieben zu hause und dann habe ich auch nichts mehr von den tag für mich sozusagen ist nicht gerade prickel und ehrlich gesagt ich glaube das kann jeder sich vorstellt dass es nicht prägelnd ist ist einfach so und ich habe keine gute guten staff ehrlich gesagt so plötzlich mal das so komm her schnüpfchen so 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 So, ich muss gerade, ich pack gerade dezent, hält mir aber gerade das noch so auf. Ich hab halt, nix um richtig zu spielen, aber komm, oh, tut's weh, das tut dezent weh, das kann ich mir vorstellen, oh, die nehme ich gerne, die schule mich auch, so viel besseren equip hat er tatsächlich nicht gehabt, ich hatte gerade, der ist besser als ich, schlecht gelaufen an dieser Stelle für ihn habe ich einen Kompass, ja, hab ich gut, so, Abo, oh, oh, das wusste ich noch nicht, gibt's ja auch so was, guck, 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 ne, gab's nicht, das Secret, gut, haben wir auf jeden Fall ein Secret gefunden, nebenbei noch so, das ist doch super, ja, ich möchte auch jetzt nicht sagen, ich hau jetzt die perfekteste Runde Sky Wars raus, äh, hab ich auf jeden Fall nicht Bock drauf, tatsächlich, kann man sich ja vorstellen, äh, einfach nur so Gameplays um den Beihalp vorstellt, so, gibt's irgendwas schönes, ja, das ist, da ist das, da ist das, da ist das, da ist das, tschüss, mein kleiner Freund, wirst immer mein Herzen übrig bleiben, so, äh, jetzt haben wir auch noch ein paar Heilungsträger, die Wunderachs, so wie ich sie gerne nenne, die bleibt natürlich da, die Fischung wird da kommt leider dezentig ein Gegner, der sich gerade auch nur denkt, äh, oh, er kippt gerade lau über sich selbst, oh, der ist der Nächste, oh mein Gott, hab ich sie beide, oh, das wär jetzt schön, hihihihihihi, ja, nee, kommst nicht hoch, haha, tschüss, jawohl, oh, das ist nicht schön, Hi, Freunde sein, willst du auch ein Opfer sein, hier, komm, hier, ja, komm, ich angel dich gleich, ja, komm, hier, ja, komm, und zack, und, sich noch springen versuchen ich weiß nicht auf jeden fall gg an dieser stelle ja ich glaube ich habe denn ein bisschen zu sehr gemobbt und dann wir spielen auch eine runde dabei kann ich halt noch ein bisschen reden wir haben jetzt gerade mal sieben minuten wasser will ich jetzt noch sagen ich überlege mir jetzt noch einen plan voraussetzlich voraussetzlich dass jetzt erst mal sich nichts ändert sozusagen ja werde ich womöglich versuchen dass ich jede woche ein video mache tut mir leid aber womöglich geht es nicht besser oder vielleicht zwei videos ich bin mir halt unsicher entweder so gemischt ein video da mal und dann keine ahnung ich bin mir unsicher wieso erinnert mich das an au gibt es hier was in die küsten läuft hier ist eine schöne versammlung wo ich mich natürlich freue dass jetzt hier leute hat daher gesund aber wir haben auch ein schönes muss man sagen ist doch schön halt nur scheiß rüstung muss man so sagen kommt kräftig an los oh nein na aber was nein auf skyblock heißt immer alles so op wird hier wirklich dass das kit hast junge hat den ganzen boden oder weg zu danken dafür habt ihr doch auch nie so aber wie gesagt ich werde erst mal schauen dass ich das mache ich kann es nicht versprechen ich mal schauen wie ich die nächste zeit mache und damit ich sagen würde haut rein bis zum nächsten mal und schau leider